Wastopark ist seit 2013 in Erfstadt und ihr Spezialist für Beratung, Beschaffung, Reinigung und Reparatur von Kunststoffladungsträgern. Unser Reinigungsprozess mit modernen Tunnelwaschanlagen ist HA-CCP zertifiziert. Damit richten wir uns hauptsächlich an die Nahrungsmittelindustrie, Lebensmitteleinzelhandel und Pharmaindustrie. Unser Erfolg basiert auf einem Mix aus motivierten Mitarbeitern und cloudbasierten IT-Systemen. Wir beweisen auch soziales Engagement, indem wir Autisten und Flüchtlinge in unsere Arbeitswelt integrieren. Mit unserer zweiten Halle werden wir für die Zukunft bestens aufgestellt sein. Wastopark ist somit ihr Service-Profi rund um Kunststofferpackungen. Musik 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 Musik